Mein Name ist Markus Bardill. Ich bin hier in Igis aufgewachsen. Nach meiner Lehre als Grosser Einspengler habe ich mich selbstständig gemacht. Ich habe heute mittlerweile fünf Firmen. Das ist ein Auto Bardill, das ist ein Garage Bardill, das ist ein Bardill Reisen, das ist ein Immobilien Bardill und ein Caravan Bardill. Meine zwei Boba sind seit 2019 auch im Betrieb. Wir bieten den Verkauf, die Ankauf, die Reparatur und die Vermietung von Fahrzeugen. Ich fahre auch vielfach noch Bus, dass ich auch mitreden kann, wenn meine Chauffeur Probleme haben und vor allem habe ich auch Spass, dass ich das machen kann, zwischen den Fahrern. Das erste Mal in Kontakt mit WIR bin ich gekommen mit dem Verkauf von Fahrzeugen. Ich muss sagen, es ist eine super Sache heute und wir können sehr viel WIR im Bereich Zwick Immobilien oder speziell an Fahrzeugen, die wir kaufen oder verkaufen. Ich würde heute sofort wieder mit WIR anfangen. Das bietet mir sehr viele Zusatzgeschäfte. Das Netzwerk finde ich sehr wichtig, dass man mit Partnern zusammenarbeiten kann, wo man auch vertrauen kann. Ich würde jedem KMU empfehlen auch dem WIR-System beitreten. Ohne WIR wäre ich nicht dort, wo ich jetzt bin. Punkt. Und das geht so.